So, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Let's Plays bei Developer Tycoon Beta 6. So, weiter geht's. Letztes Mal habe ich euch ein bisschen erklärt, wie man die Workstations aufbaut, was man damit machen kann, was man mit den Entwicklern machen kann, mit den Designern, wofür man die braucht, wofür man den Sales Manager braucht bzw. den Auftragsakquirierer. So, jetzt haben wir hier, sind wir eine Stufe höher bzw. die zweite Stufe jetzt erweitert. Jetzt kommt Backend-Komponent, Responsive-Komponent und wir können den Manager jetzt einstellen und auch einen kleinen Rentenplan für unsere Mitarbeiter einrichten. So, dann fangen wir dann mit den Komponenten an, stellen Manager ein bzw. wir müssen dann nochmal ein weiteres Gebiet hinzuholen. Dann einen kleinen Rentenplan machen wir noch und ich glaube wir vergrößern jetzt und nehmen uns noch einen Kredit. So, dann geht's mal weiter. So, hier sehen wir noch die kompletierten, Entschuldigung, die kompletierten Aufträge. Na, was ist jetzt? Eieiei. So, wie schon gesagt, mache ich hier Alt auf Pause. Der soll erstmal gleich suchen. So. Im Moment ist es so, wir gehen mal auf die Manager. Hier seht ihr die Manager. Im Moment ist es so, ein Manager kann drei Mitarbeiter verwalten, sag ich mal. Also wir brauchen hier, wir haben hier sechs Mitarbeiter. Wir benötigen also zwei Manager. Die müssen hier ja auch irgendwo sitzen. Wir haben aber nicht die Möglichkeit, jetzt noch weitere Workstations hinzukaufen, da wir den Platz verbraucht haben. Es sind ja maximal sechs für diesen Bereich bei 10.000. Bei 15.000 sind sieben Workstations. Wir haben jetzt noch 8.100 zur Verfügung. Ich würde jetzt vorschlagen, wir nehmen den Bereich noch hinzu. Da sagt er uns ja aber, wir haben zu wenig. Vielleicht, warte mal auf. Geht nicht. Wir haben zu wenig Geld. Also gehen wir noch mal hier rein. Finanzen. Credit. Nehmen wir gleich mal langweilig in die Vollen rein. Jawoll. Jo, nochmal E-Mail. Jo, Congratulations. Dankeschön. So. Zack. Confirm. So. Dann machen wir jetzt folgendes. Wir haben jetzt hier nochmal sechs Stück. Zack. So. Die Manager, die brauchen wir eigentlich nicht so oft. Die brauchen wir immer dann, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen. Die setzen wir dann hier hin. Da setzen wir... Ups. Na, nicht selber. Das setzen wir hier gleich mal. Zack. Und dann gleich nochmal drei Mitarbeiter. Tische. So. Zack. 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 So. So. Dann... Management. So. Die brauchen ein bisschen mehr an Lockmittel. So. 64, 66, 80. Okay. Das ist jetzt halt die Frage. Oh, komm. So. Der soll... Entwickler, Entwickler... So. Jetzt kann ich zu den Entwicklern hingehen und sagen, so, du machst jetzt diese... Jetzt funktioniert die Auto-Repeat-Funktion. So. Weil ich jetzt die Manager habe. So. Stellen wir mal ein bisschen mehr ein. So. Es gibt gerade im Moment... Achso, halt. Da kam ja noch jetzt... Ah. Da müssen wir jetzt gucken. Also. Zack. 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 So. So. Ähm. Wir haben jetzt hinzubekommen, responsive design. Es war bis jetzt noch nicht so oft der Fall, dass dieses responsive design beauftragt wurde oder gewünscht wurde. Ähm. Ich lasse jetzt mal die weiterhin an ihrem Webdesign arbeiten. Ähm. Und ihre Webdesign-Komponente. Ähm. Was wir jetzt machen können wäre... Der hier ist ja noch... Der soll hier die Backend-Komponente lernen und gleich mal entwickeln. So. Weil da werden jetzt Aufträge kommen, denke ich mal. Gut. Dann können wir weiterlaufen lassen. Alle mal. So. So. Jetzt wird da gleich ein Auftrag kommen. So. Können wir ausliefern. Jawohl. So. Der nächste Auftrag. Da fehlt uns die Backend-Komponente. Wie ich es gesagt habe. Da wäre es jetzt halt interessant, wenn die Backend-Komponente... Was macht der hier? Achso. Es ist nackt. So. Der soll die Backend-Komponente auch lernen und gleich erstellen. So. Dann haben wir noch einen zweiten. Da können wir die User-Interface-Komponente gleich mitverkaufen. So. Alles klar. So. Jetzt haben wir wahrscheinlich vier Stück. So. Webdesign. Jawohl. Das können wir verkaufen. Vier Stück. So. Und dann können wir das hier auch ausliefern. Jawohl. Wunderbar. Läuft er. So. So. Und Backend-Komponente. Ich glaube, da haben wir jetzt... Jetzt gucken wir mal. Was braucht der hier? Ja. Braucht noch Backend? User-Interface-Komponente. User-Interface wollen wir dann noch. Ja. Das wird schwierig. Aber wir kriegen das schon hin. Komm schon. Lassen wir uns den ausliefern. Damit wir Geld verdienen. Ach. Ist schon wieder Feierabend. Och, Leute. Schafftet was? Ich glaube, ich bin. So. Na also. Können wir ausliefern. Wunderbar. Jetzt haben wir hier gar nichts. Dann ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir schon hin. Das müsste reichen von der Zeit her. Ja. Ähm. Ja. Den hier kann ich nicht auch noch bedienen. Ah. Obwohl. Backend-Komponente. Wenn der dann... Aber das ist natürlich... Ähm. User-Interface-Komponente. Du auch. Ja. Dann können wir den hier zumindest bedienen. Und... Ui. Schon wieder eine weitere Stufe erreicht. So. Jetzt... Uh. Jetzt kommt noch mehr dazu. Jetzt kommen... Web-Frontend-Module und Network-Komponenten. Und jetzt gibt es den Lead-Developer. Und zwar den, äh... Hauptentwickler bzw. führenden Entwickler. Gerade der kann dann diese Web-Frontend-Module, ähm... erstellen. So. Jetzt haben wir noch ein weiteres Möbelstück bekommen. Kleinen Schrank. So. Okay. So. Ähm. Da fehlt uns noch das hier. So. Jetzt sind wir an einer Stufe, wo wir sagen müssen, okay, wir brauchen noch weitere Mitarbeiter. Denn durch diese Aufträge, die hier kommen jetzt, ähm, wird es noch ein bisschen heftiger werden. So. Ähm. Lass mich mal überlegen. Mach einfach mal weiter. Ähm. Jawohl. Will ich haben. So. Was haben wir hier noch an... Jetzt kommt Web-Frontend-Module. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Dann... Machen wir erstmal Pause. Jetzt müssen wir mal... Jetzt kriegen wir sieben Stück. So. Dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt kleinere Abteilungen. Ähm... Bauen wir. Ähm... Die Hauptentwicklung machen wir einfach mal hier hin. So. Genau. Brauchen wir noch... Mh... Ne. Die Sales, äh... Die können wir hier einsetzen. Ja. So. Kann ich jetzt sagen... Da weg. Zack. Da weg. Zack. Mit dem Tisch. Zack. 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 Okay. Haben wir umgesetzt. Jetzt können wir hier noch sagen, okay, der Webdesigner soll auf einen anderen Tisch, der Webdesigner soll auch an einen anderen Tisch, die sollen dann hier hingehen. Hier hingehen und hier kommen noch ein Entwickler hin. Mit der rechten Maustaste kann man die wieder aufnehmen, die Möbelstücke und verschieben. Ich fischte die Kamera noch, sollen wir hier noch welche hinstellen? Ja, das war dann alles aufeinander irgendwie, aber egal. Wir haben hier die Entwicklungsabteilung, hier die Designabteilung, hier die Sales Management und hier den Manager und hier den Lead-Entwickler. So, da stellen wir dann auch gleich mal einen ein. Halt! So, schauen wir mal, wen kann man da nehmen? So, dann nehmen wir den hier, oder diese Dame hier. So, dann brauchen wir, ähm, dann setzen wir hier hin. Dann brauchen wir noch einen Manager. Das haben wir jetzt gar nicht bedacht. Er soll jetzt das Web-Content-Modul erlernen. So, und jetzt machen wir noch kein Web-Content-Modul. Wir brauchen noch einen Manager, weil ansonsten können wir die Leute, die neuen Leute nicht steuern. So, und da wäre es auch dann wünschenswert, dass wir die Manager ein bisschen trennen. Das sieht gut aus. Nehmen wir den hier. Das ist, äh, ja, da möchte ich jetzt ein bisschen was anderes machen. So, das sind die Entwickler, beziehungsweise, ich prob noch mal einen Entwickler. All die zwei sollen da bleiben. Und der hier, genau. So, was haben wir hier? Das sind die Sales Manager. So, und er hat hier die Entwickler. Und er kriegt die Sales. So, jetzt brauchen wir aber noch mal einen Arbeitsplatz. Zack. Dann brauchen wir noch einen Manager. So. Oh. Das sieht mir ein bisschen viel. Ah, 3-6 hört sich schon besser an. Das ist doch fast schon super. Gut. Jetzt setzen wir hier hin. So, die hat im Moment noch keinen. So, jetzt, ähm, der Lead-Entwickler ist hier. Äh, lassen wir mal im Moment noch. So, ähm, brauchen wir Entwickler. So. So. 77 Prozent. 91. Uh. Uh. Uh, hallo Madame. Aber kommen Sie doch in unsere Firma. Aber hallo. So, Entwickler. Zack. So, ich habe hier 811. Ähm, da machen wir ein Netzwerk. Confirm. Und Backend-Komponent. So. Und sie soll gleich mal... Backend-Komponent. So. Das klären wir mal ab. Das wir den Auftrag erledigen können. So. So. Ah, okay. Ja, müssen wir noch einen Manager zuordnen. Das machen wir hier. So, da sind nämlich dann die Entwickler unter einem Manager. Zack. So. Dann benötigen wir noch, äh, da haben wir jetzt Management. Und wir haben jetzt noch, ja, da haben wir noch drei übrig. Da haben wir noch einen übrig, wo wir verteilen können. Die sind, die zwei sind voll. So. Da haben wir dann insgesamt vier mögliche neue noch. Ähm, der braucht noch kein Webfrontend-Modul machen. Da warten wir noch, bis wir mit den anderen fertig sind. So. Äh, das wollte ich nicht. Das haben wir, das haben wir. So. Dann möchte ich hier noch, äh, äh, mindestens zwei Entwickler. Weil Entwickler werden wir viele brauchen. So. Da kann man nie genug haben. Äh, äh, ähm, ähm, okay. Wir sind wohl nicht attraktiv genug. Uh, ähm, okay. Okay. Äh, naja, gut. Ähm, der macht... Ähm, der soll mal nur die User Interface Komponente machen. Ach so, ja. Da... Machen wir hier die Entwickler noch hin. Dann müssen wir aber den hier. Das ist Edmund Bush. Weg hier. Tja. Ok. Tja. Tja, tja. Tja, tja. Tja, tja. Ne, das war jetzt nicht gut, der soll dann noch, der Gipsen bleibt auf der, jetzt hat das ein bisschen Sortierung, so, genau, okay, da brauchen wir dann noch einen Entwickler, so, einen holen wir noch, uh, ist aber nicht so wirklich, äh, ja, hm, brauchen wir die vollen, oder was machen wir? So, ihr seht, ich gebe denen immer nur eine Aufgabe, denn, ähm, diese Komponenten werden immer wieder benötigt, deswegen sollen die sich erstmal darum kümmern, so, hier sind die Manager der Entwickler, so, hat noch einen kleinen Überblick, dann weiß man gleich, wo man hingehen muss, oder zu wem man hingehen muss, so, ähm, ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht doch noch einen Entwickler hinzuhole, das wäre jetzt natürlich, ja, äh, einer wäre ja hier noch auch, äh, Auftragslage wäre ja nicht schlecht, ne, das wäre ja gar nicht so schlecht, weil hier der Auftrag ist nicht so toll, aber der hier ist natürlich, oh, da ja, das geht, komm, ein Netzwerk, komm, einholen wir noch, zack, einholen wir noch, äh, die wollen von Ende, okay, also, halt, äh, zack, zack, so, jetzt lassen wir es mal weiterlaufen, halt, können wir dann auch noch einen kleinen Schrank hinstellen, dann ist es für die Mitarbeiter hier angenehmer, noch ein paar Blumen reinstellen, so, man sieht, hier ist nix, aber, wichtig ist, das läuft, so, haben wir hier dann schon was, Backend Komponente, was macht ihr User Interface, Backend, ah, da hat nichts zu tun hier, User Interface, zack, so, und du machst, so, Backend Komponente, so, dann können wir den Auftrag ausliefern, jawohl, wunderbar, jetzt kümmern wir uns noch um den hier, so, dann soll der hier erst mal anfangen, User Interface Komponente, Webdesign, ne, so, und da soll er automatisch weitermachen, dass wir da dann auf den Auftrag kommen, Webdesign sollten wir genügend haben, dies können wir hier auch sehen, wie viel wir hier zu verhüben haben, wir sehen, hier haben wir Webdesign Komponente 8, äh, sind die ein bisschen langsamer, alle, die wissen nicht, was sie machen sollen, na toll, super, sagt das keiner, mach doch den Mund auf, so, jeder hat zu arbeiten, was ist bei dem anderen jetzt, äh, uh, den müssen wir absagen hier, sorry, das geht nicht, oder, doch, geht, Netzwerk Komponente, wie sieht's aus, Netzwerk Komponente, wie flammern da, 4, hm, 8 brauchen wir, äh, so, na, 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 na ich denn? Ich sollte halt nächstes Mal lesen. Du musst unterstützen. Oh nö, oder? Ich sag, dass es nicht wahr ist. Oh komm schon. Puh, glückernd. So, jetzt brauchen wir Netzwerkkomponenten. Ähm, Pause. Ähm, Backend, Backend, Backend. Äh, wie sieht's denn da aus? User Interface, Webfontent haben wir 9. User Interface 19, Backend Komponent 25. Dann machen wir jetzt ein paar Netzwerke und für die Webfontent User Interface und Webdesign Komponenten. Äh, ja, mach mal. Lassen wir den mal weitermachen. Aber die Backend Komponente lassen wir mal auslaufen jetzt mal kurz, dass wir hier die Netzwerkkomponente bedienen können. Denn die werden wir nachher auf jeden Fall auch noch benötigen, zusätzlich zu den anderen für Content Management Systeme. So, confirm. So, Netzwerk, Jawohl. So, du hast es schon gelernt. So. So, der Auftrag. Wie viel haben wir denn da jetzt? Netzwerk Komponenten haben wir 4. 3, 3, 3, 4, 4, 5. Das wird dann... So, jetzt komm schon. Zack, 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 zack. Kriegen wir hin. So, jawohl, wunderbar. Und die nächste Ebene. Jawohl, Database Komponent. Webbackend Modul. Dann, ähm... Unreceptive certification by paying for free beverage. Okay, so, dann haben wir noch weitere Möbel. Ich denke, das wär was für den dritten Teil. Ähm, bedanke mich fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Wenn ihr ein Abonnement macht von mir. Wenn es euch gefallen hat. Ja, hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Ja, dann wünsche ich euch noch was. Und bis dann. Tschüss.